Hallo, hier ist wieder Erik und willkommen zu dieser zweiten Making-of-Mikro-Episode. Ich werde heute wieder zeigen, wie Gnufunst produziert wird. Und in der heutigen Episode kümmern wir uns um den Videoschnitt selbst. Das ist ja vielleicht ein ganz interessantes Thema, weil Videoschnitt auf Linux ist immer noch so ein bisschen so ein Thema, wo viele sagen, womit kann man das denn machen. Und es gibt inzwischen ganz gute Möglichkeiten und eine dieser Möglichkeiten ist auf jeden Fall Blender. Blender hat einen sehr, sehr guten, leistungsstarken, nicht linearen Video-Editor drin, mit dem man echt eine Menge machen kann. Und ich zeige heute einfach mal, was wir da drin machen, um Gnufunst zu produzieren. Und man sieht jetzt hier schon, das ist die fertig produzierte vierte Episode mit all den Sachen drin. Und daran demonstriere ich jetzt einfach mal so ein kleines bisschen, was da passiert. Also wir haben hier die verschiedenen Video-Strips natürlich erstmal. Gehen wir mal hier zum Beispiel ganz zum Anfang, wo wir einfach jetzt nur das Video haben. Und ich fasse immer die Video-Strips gleich zu solchen Meta-Strips zusammen, die dann also weitere enthalten, einfach damit das Ganze leichter handzuhaben ist und leichter zu schneiden ist. In diesem Fall, das ist jetzt hier der Video-Strip selbst. Ich mache den mal auf, das dauert einen kleines Moment, weil die die Audiodaten vorkasht. Wenn man ein Video in Blender reinlädt, erstellt er automatisch zwei Tracks. Ein Video-Track und ein Audio-Track. Die sind jetzt aber nicht irgendwie aneinander gekoppelt oder so. Darum ist das Erste, was ich normalerweise immer mache, dass ich den Audio- und den Video-Track zu einem Meta-Track zusammenfasse, zu einem Meta-Strip. Weil dann kann ich das direkt in der Länge verändern und umherschieben, ohne mich darum kümmern zu müssen, dass die beiden Tracks synchron bleiben und so. Genau, jetzt sieht man das hier. Wir haben hier den Video-Track und darunter den Audio-Track, der von der Kamera mitkam. Den habe ich jetzt hier in dem Fall. Dann haben wir noch einen dritten Audio-Track. Das ist der Audio-Track, den ich in der letzten Episode schon gezeigt habe, wie ich den gemischt habe. Also das Audio, was von den beiden Mikrofonen aufgenommen wird. Was ich einfach mache am Ende ist, ich schneide die Episode erstmal komplett mit dem Audio, was von der Kamera aufgenommen wird. Das Schöne ist, da das Ganze in Meta-Strips verpackt ist, kann ich dann später einfach reingehen. Das Original-Audio von der Kamera kann ich muten. und einfach das Audio, was ich von dem Mikrofonen habe, reintun und damit synchronisieren. Es macht sehr einfach, einfach das gesamte Audio der Episode durch die richtigen Aufnahmen auszutauschen. Wenn ich hier wieder rausgehe, dann sieht man eine Ebene höher, habe ich jetzt auf diesem Meta-Strip, der unser Video enthält, einen Transform-Effekt obendrauf, der benutzt wird, um das Video hier unten in die Ecke zu schieben, wenn Bildschirm-Einblendungen gemacht sind. Die Parameter, die Größe und die Position des Videos sind einfach mit Keyframes animiert. Du hast dein Telefon aber laut gelassen. Wie man hier sehen kann. Es funktioniert sehr gut. Und das Ganze ist halt auch wieder in einen Meta-Strip verpackt, dass ich das einfach hier schön ordentlich und sauber habe. Darunter liegt jetzt noch ein Meta-Strip, der enthält direkt die Aufnahme von dem Bildschirm. Da drüber liegt noch ein weiterer Meta-Strip, der in dem Fall hier die verpixelte Version nochmal davon enthält. Einfach mit zweimal skalieren, um hier die Kontakte aus der Liste zu verbergen. Ganz oben drüber liegt noch dieser Strip hier, der einfach eine immer wieder geloopte Version von diesem kleinen rotierenden Logo unten in der Ecke enthält. Hier jetzt zum Beispiel haben wir einen kurzen Übergang. Da habe ich hier einfach oben drüber liegen so einen kurzen Wipe. Das ist auch ein Meta-Strip. Wenn man da reinguckt, sieht man, da habe ich einmal eine Blender-Szene direkt drin. Die ist jetzt gerade versteckt. Die kann man ganz gut benutzen. Einfach zur Vorschau. Und darunter liegt eine gerenderte Version von der gleichen Blender-Szene mit einem exportierten Audio. Das ist einfach, damit es nachher beim Exportieren des Videos schneller geht und das Ganze nicht nochmal gerendert werden muss. Weil all die Sachen haben recht viel Motion Blur drauf, was es recht langsam macht, das zu rendern. Ja, hier haben wir das nächste Teil. Im Grunde genommen ist das Prinzip überall das gleiche. Ein bisschen komplexer ist es bei solchen Sachen wie dem Android-Video, wo wir hier halt auch einmal Videotrack haben. Ein extra Videotrack hier an der Seite mit dem Screen Capture vom Android. Man sieht, hier sind ziemlich viele Schnitte drin, weil es zwischendurch immer wieder die Synchronisation verloren hat und ich das dann mit dem restlichen Video wieder synchronisieren musste, damit das, was sie erzählen, auch vom Inhalt zu dem passt, was man hier gerade sieht. Und in dem untersten Track, das ist einfach nur der Hintergrund. Das ist eine Farbfläche hier und eine geloopte Version von dem normalen, drehenden Gnu-Funst-Stern als Hintergrund. Und ja, die anderen Sachen passieren im Grunde genau alle analog. Also wir haben hier auch wieder eine Überblendung drin, haben wieder verschiedene Bumper drin, die einfach genommen werden, um die Schnitte zu verbergen. Ganz am Ende kommen hier die Credits. Das ist auch einfach in Blender gemacht. Wie diese ganzen kleinen Bumper zwischendurch gemacht sind, werde ich in der nächsten Episode wahrscheinlich zeigen, weil da sind eine ganze Menge coole Sachen mit bei. Wenn das Ganze im Blender geschnitten wurde, exportiere ich das einfach direkt aus Blender. In dem Fall als einzelne JPEG-Bilder mit einer Qualität von 100. Der Vorteil, wenn man das als einzelne Bilder macht, ist, dass man auch Teile des Videos sehr einfach neu rendern kann. Also wenn man jetzt hier nochmal was an dem Bumper verändern möchte, reicht es, wenn man die paar Frames löscht hiervon, kann die alleine neu rendern. Es macht es auch sehr viel leichter, das Ganze zu parallelisieren. Blender, wenn man Videos rendert hat, leider noch nicht die Möglichkeit, das auf mehreren Prozessorkernen zu machen. Da ich aber eine ganze Menge davon habe, möchte ich auch, dass Blender die nutzt. Was ich also normalerweise mache, ist, ich aktiviere hier diese Placeholder-Funktion und dann kann man, mache das Override aus und dann kann ich einfach mehrere Instanzen von Blender gleichzeitig starten, die an der gleichen Datei rendern und das koordiniert sich dann automatisch so, dass die keine Frames doppelt rendern oder sowas. Das ist sehr praktisch und so kann man dann ein bisschen auf Umwegen doch auf mehreren Kern rendern. Exportiert wird das Ganze mit 24 Bildern pro Sekunde, demgleichen wie auch unser Eingangsvideomaterial ist und bei einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Ja, das war es für diese Episode und das nächste Mal gucken wir uns an, wie dann das Video encoded wird am Ende, wie die verschiedenen Formate erstellt werden und wie die ganzen kleinen Bumper gemacht sind. Bis dahin, schöne Woche noch und man sieht sich.